Herzlich Willkommen zurück zum VWL4 in diesem Paar wir mal mit Topaz Passage weiter mal und jetzt geht es leider mit Doudle Woods. Doudle ist übrigens so, schreibt den so eine Tafel oder ein Buch, wo man etwas drauf malen kann, zeichnen kann und das passt auch zu dieser Welt, die habe ich nicht nur gut in Erinnerung. Wo ICDs ist aber leider nicht, wo ICDs sind auch nicht, aber ich weiß, was hier passiert. Ja, ich komme zum Frontschwein hier an. Frontschwein ist jetzt nicht, nicht falsch verstehen, es ist, weil es so ein Spiel gibt, Frontschwein und ja, es ist, naja, kann man auch ein bisschen anders verstehen. Der zeichnet in uns immer Gegner und nervt, der ist so nervig. Warum halte ich dir das noch im Kopf, weil es einfach scheiße war, das ist doch ganz nett designt und lustig auch. Wie ihr guckt, guckt euch das Schwein nochmal an, wie ihr es manchmal dann guckt. Ja, das zum Beispiel, schon episch gemacht, aber sehr schwer, sehr nervig. Ja, macht einen Scheiß, Dreckschwein. Dumme Schwein. Ja, ist klar, dritte Anfänger um. Ja, klar. Ja, sonst keine Obis, ne? Okay. Ist das Prinzessin Peach gewesen, die da ruft? Nein. Was hat Prinzessin Peach denn auch im Warhol zu tun? Zu suchen, lol. Was muss ich jetzt hier denn Schönes machen? Kann ich mich da irgendwie rollen? Nein, kann ich nicht. Dem, dem, aber der Fall geht ja auch schon hier lang, aber hier oben kann ich auch nicht hin. He, he. Bam, und hier geht's noch nicht lang. Prego, ja, ist klar. Warum sagst du denn mal nicht Prego? Würde mich auch wundern. Wie die unbesiegbar sind, die Scheißschnecken, wie kann man sie besiegen, die Schweineschnecken? Mach dein Scheißding da. Sind wir alle zufrieden? Ja, genau. Springe ich jetzt mal gekonnt rüber. Okay. Oh, Mann. Verdammte Schwein. Schatz, wenn man die auch nicht ownen kann. Man kann die nicht ownen. Und hier ist ein Scheiß-Bleistift. Zum Bleistift. So, und weit. Ey, Mario, wir sollen hier reingehen. Ja, tut er. Oh, hier können wir auch einen Anschwung nehmen. Und dann geht das hier schnell. Oh, ein Rätsel. Und Balnerina Schwein XD. Mh. Dem, dem, dem. Okay. Dem, 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 dem. Ah, hier müssen wir immer rollen und dann versuchen, die Schalter zu treffen. Das ist ja ein schädliches Rätsel. Das ist für mich gar kein Rätsel, weil es einfach ist und offensichtlich ist. Dem, dem, dem. Wenn man failt, hat man vor allen Dingen immer wieder die Chance, es nochmal zu schaffen. Dem, 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 dem. Ah, den ersten müssen wir treffen. Gut. Dem, dem. Jetzt müssen wir einen Diamant schon kassieren. Ne. Einen noch. Das ist dieser, ja. Ey, fail. Dem, 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 dem. So. Ja, Mann, kommst du, Papa, Baby. Und jetzt die ganze Scheiße auch nochmal hoch. Ah. So geht's natürlich auch. Das ist nur eigentlich auch besser. Aber es geht natürlich nicht hier runter. Also, runter hätte man es nicht so einfach machen können. Ja, einfach mit Vario runter spazieren. Ne, ne. Dem, 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 dem. Ach, so kann man es jetzt einfach machen. Nein, einfach schwupp. Nächster. Wieder einen hoch. Schwupp. WTF, nicht runterfallen. Und wieder raus. Schilliges Rätsel. Okay. Ja, das wollen wir aber auch. Und das Herz. Weil, ich schweini mache uns so einen kranken Schaden. Wie ihr seht. Wie immer wieder das Ding spawnen. Neue, äh, Gegner für uns. Ist doch gay. Da ist ein Eingang. Wie kommen wir denn da rein? Ganz einfach so. Oh, da ist nur ein Teil. Okay. Ich dachte schon, wir wären ein normaler Weg. Und geht es weiter. Hm. Zwei Teile noch. Down. Hier geht der Pfeil hin. Nehmen wir erstmal die Re-Mage. Und zack. Ja, wo geht es denn lang? Hm. Achso. Da müssen wir sowieso lang. Okay. Okay. Ich brauche dir, mach ich schweig, sag ich gäh. Gäh, habe ich hier so auszusehen. Gäh, wie du. Oh man, was soll ich schweiß, die scheiß Blechstift, alter. Oh man, es nervt, ist langweilt. Ist langweilt. Oh nee, oder? Ja, mach es da rein. Ha, fail. Und er verfolgt immer noch. Oh, das Level ist auch schwer. Können wir Energieprobleme haben. Oh, das hetzt nicht natürlich noch mit. Hier durch. Down. What the fuck? Das doofe Schwein kannst du hier mit einem Gegner runterschmeißen. Ah, Rätsel. Okay. Sorry, ich fliege vor diesem dämlichen Schwein. Dem, dem, dem. What if? Hä? Ah, man muss sich merken, wo die Blöcke waren. Oh, das ist ja nicht immer stark. Da muss ich mir jetzt erst... Da. Da. Da war, glaube ich, eine kleiner, genau. Oh, das Rätsel. Das ist genau noch mein Geschmack. Da. Bei dem Block. Bei dem Block. Oh. Oh. Da kann ich es nur raten. Ja, fail. Kann man das da auch sehen? Nee. WTF. Greifer überspringen, die Scheiße. Leute, sind wir fast down. Dem, 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 dem. Ja. Denn das Schwein uns jetzt und... Loll. WTF. Brauchen wir unbedingt dieses Leben da. N1. N1. Schwein ist nicht in Sicht. Nein. Nein. Du dummes Schwein. Jetzt kommt so ein Drecksteil wieder runter. Down. Fail. Okay. Nochmal die ganze Scheiße. Boah, die Map ist schwer. Ah, wie mache ich das denn? Wie kann man diese verfickten Stachelschweine besiegen? Stachelschweine was ist es, boah, ist wohl Spaß. Rätsel, wenn ich nicht mehr mal ein Pech gehabt, ihr habt sie gesehen. Wer sie nicht gesehen hat, hat gelitten und das ist nicht mein Problem. Oh, wir wissen es. Verdammtes Dreckschwein. Hier runter ging's. Muss nur, äh, aufpassen, dass ich kein Teil mehr... Einfach nochmal übersehen dann. So, hier ging's runter und... Genau hier war... Ne, da war noch nicht die Tür, sorry. Hier war sie, genau. Da war ein Teil drinne. Schwupp und Schumpf sind wir fast da wieder. Wo war man? Kein Grund zur Sorge, Leute. Jetzt ist alles wieder restored. Ach, hier ging's ja nicht lang, genau. Du Bastard, lass mich einfach in Ruhe. Verdammtes Dreckschwein. Wenn du ganz lustig mal aus der Wäsche guckst, aber das ist echt fies. Wie OP es ist. Wie krank es ist. Da ist übrigens der Froschhalter. Aus Angst fahre ich schon mal runter, aber ich hab keinen Bock auf die Schweine. Einfach schnell durchrennen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, lol, wie soll ich da du ich jetzt? Chill, chill, chill. Gut. Ein 1? Nein. Oh, fuck you. Fuck you, so hard. Aha. Ja, und nun? Ja, musste ich mich jetzt opfern. Ja, das ist schweiner doch sowas von gelitten. Und weil das rätselgeil war, mach ich's nochmal. Ist mir scheißegal. Ob es euch passt oder nicht. Das Rätsel ist echt sowas von geil. Das habe ich jetzt so falsch gemacht. Lol, wollt ihr mich verarschen, ja? Okay, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Nein, Spaß. Das Rätsel ist geil. Einfach nicht genug Anlauf gehabt, siehst, seht ihr. Jetzt kommt diese Asi-Scheiße wieder. Dahin, 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 dahin. Und jetzt mit Anlauf. Genau. So muss es sein. Juhu! Damm, damm, damm. Ich bin letztendlich ein Putz, hier ist der Rätsel geohnt, weil ich dadurch auch live verloren habe. XE. Oh, was soll die Scheiße? Ich hab das schon wieder gehört. Geschweine quietschen. Ach, die sind paar tassig Schweine und ich werd Muslime und werd nie wieder Schwein essen. Obwohl, ich müsste eigentlich gerade essen. Als mich hier so ärgert. Wie soll ich eigentlich nie wieder Schwein essen? Der müsste es ja eigentlich gerade essen. Oh, Mann, es ist schon wieder so spät und ich labere nur Scheiße, ey. Dann für den Schlüssel. Und Kivon Rowling, bäh. Bam, 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 bam. Wow, sechs Minuten für die Scheiße. Ach so, jetzt geht hier der Weg. Wir machen den Weg frei. Oh, zum Bleistift. Zum Beispiel gibt es hier vier Robine zum Bleistift. Äh, was soll die Scheiße, ey. Da so, äh. Die Bilder erwachen zu Leer und die Poster. Er gesagt, oh, unbesiegbar. Sie sind unbesiegbar, Leute. Gibt es denn nicht irgendeinen Trick, die so um? Ich habe mal ein Bleistift oder ein Buntstift. Er gesagt, Buntstift. Lol. Schieben wir da durch. So, jetzt können wir von D zu D und zu... Dann... Oh, nö. Ich habe keinen Bock auf euch. Ihr langweilt. Nee, kann man echt nicht um. Nein, ich bau doch noch das Teil. Prägo. Nee. Ich glaube, er hat nicht Prägo gesagt. Ach, Scheiße. Kann man den nicht auf den Kopf springen oder so? Scheiße. Doch. So gehen die. Auf den Kopf und dann... Oh, nicht. Ist hier was Verstecktes? Nee. Schade. Ich will die CD. Wo ist die zu durch? Ich meine, dass die hier versteckt war. Also sehr versteckt, meine ich. Ja, und nun? Ach so. Fail. Nur für die Rubine mache ich das jetzt alles. Ja, ist klar. Ich will es für CD immer, aber auch nicht für die scheiß Rubine, Mann. Ich kann mir am Arsch schon mal gehen. Heißt ja nicht Link, der die braucht. Ja, Epic Fail. Ja, Leute. Die Zeit läuft ab. Und ich komme nicht weiter. Ja, ist klar. So, jetzt aber. Den durchschieben. Den durchschieben. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und schwupp. Ist hier was Verstecktes? Was will denn passieren, wenn man da runter geht? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ah, nur ein paar Herzen. Ja, ich bin neugierig, wenn da eine CD oder so wäre. Ist ja auch völlig okay, oder? So, jetzt aber. Jetzt müssen wir auch langsamer beeilen. So, weiter geht's. Fail. Woher komme ich denn da jetzt wieder hoch? Hoffe, dass da oben nicht die CD war. Ziemlich schwul. So kann man die übrigens own. Oh, langsam habe ich den Dreh raus, wie man hier Spaß ausweicht. Oh, noch ne Ebene. Fuck you. Nur drei Minuten. Ja, drei Minuten ist im Prinzip viel, aber. Ah, den kann ich auch hochholen, den Manager. Los, Manager. Was bringt das denn, wenn man die hochholt? Ach, langsam ist mir auch relativ. Soll mich füttern? Ah, no, no. Auf den Stift wahrscheinlich, sonst wäre er da ja nicht. So, so. Hier ist bestimmt die CD dann. So geheim, wie das jetzt ist. Abspecken. Ja, hier muss sie sein. Ja. Ich rieche sie schon. Ja, nur ein Diamant. Leck mich doch. Da haben wir den ganzen Scheiß gemacht. Wow, nee. Wo ist die CD? Ja, Manager frisst. Ah, nee, du. Ja, speck ab, Mann. Ich hab's eilig. Zwei Minuten nur noch. Down. Und. Der Spaß. Das letzte Teil übrigens. Gut. Wenigstens das. Dann scheiß ich auf die CD und reich sie nach. Oder sie ist jetzt hier irgendwie noch ganz offensichtlich, was ich nicht glaube. Warum soll sie sie das auch sagen? Die Idioten, lass ich mal in Ruhe. Mhm. Wo mach ich das denn jetzt? So, wahrscheinlich von D. Oh, fuck. Das hat Zeit gekostet. So. Oh, nee. So. So, jetzt aber schnell, ja. So, muss das laufen. Und rolling, baby. Keep on rolling. Hey, jetzt, ich doch da rollen können. Das kann ich auch nicht mehr zurück. Schade. Da wär bestimmt die scheiß CD gewesen, ey. Och, nö. Ja, da war's, ich weiß doch. Ich werd's nachreichen. Da wär ich jetzt noch sterben, ne? Ist klar. So. Ja, ich weiß nicht, wo die CD ist. Ich weiß nicht, wie ich das immer... Hä? Na, ich reich's gleich nach. Ich frag mich echt, wenn man die kriegt. Strange. Bin ich gesprungen aus, aber ich falsch immer. Keine Ahnung. Hm. Naja, ich werd's dann nachreichen. Bis dann gleich. Bis gleich. So, Leute, da sind wir nochmal an dieser Stelle. Und mal gucken, ob es jetzt klappt mit den Rollen. Ich hoffe's doch mal. Ich möchte mal wissen, ob da jetzt wirklich die scheiß CD... Es geht nicht. Wie soll die Scheiße hier gehen? Ohne Spaß. Ha, ich bin's nochmal, Leute. Ich fühl mich echt schon wie so ein Clown langsam. Hier müssen wir natürlich am Anfang die Scheiße erstmal kaputt machen, dass man da... dann letztendlich dann zum Schluss da reinrollen kann. Naja, wir sehen uns da... So, Leute, jetzt müsste es aber gehen. Und wie... Ja, nice. Rätselgelöst. So. Ja, jetzt hier ist gleich die CD. Ich glaub, dann... dann töd ich mich. Ja, ich's klar. Hau uns ab, ihr Scheißschweine. Ah, doch, jetzt... jetzt ein Dings. Yes, baby. Hm, CD. So muss es sein. Joa. Und jetzt noch schnell zum Ende wieder zurück. So. Jetzt haben wir aber echt alles. In dieser Welt zumindest. Yes. So. Oh, die war echt schwer. Beschwerst CD bis jetzt. Rund die im Schrottplatz. Das ist einfach alles zerstörnend. Alles ausnutzen, Mario. Weil, hier...